Warum fahrt ihr nicht in dem Zeug da wo elektronische Geräte Anomalie? Wie bitte? Er fährt ja erstmal hier hin, oder? Wo bewegst du dich grad kleiner? Nein, er fährt hier runter, naja gut, passt, passt, passt mir. Letzter Export eine Dreiviertel Milliarde. Oh oh, unsere Müllhalten werden wieder mal voll. Weshalb? Eine Dahin. Mölteponie. Eine Dahin. Eine Dahin. Mölteponie. 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 machen wir aktuell am tag fünf sind ausgewählt Fertig baut nein 70 so so wie sieht es aus mit meinem Ober Kabel fault reported mein Robo sieht geil aus so hier passiert nichts denn wir haben keine Maschienteile research complete anomaly analyzed so eine mega scheiße so Forschung 200% und jetzt mal so rum 30 60 hop 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 so beschleunigen wir mal die ganze Sache hier kommt wir rüber gefahren so so wie sieht es hier aus hier kommt immer noch Metall an so schon wieder eine Anomalie heilige Scheiße wie viele Leute und 22 ich glaube die sind fleißig mit Kinderkriegen und so Gäbel fault reported zack 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 Anomalie Analyzed Anomalie, Moment, jetzt muss ich das halt auf die Pause machen, äh, wie viel Energie hast du noch? Anomalie Analyzed, die nächste, komm, probier's dich mal ganz kurz hier auf. So, jetzt, ähm, müssen wir schauen, wo Maschinenteile sind, hier wären zwei, nein Quatsch, Null, äh, elektronische Geräte, elektronische Geräte, das ist blasse, grüne, blass, grün, blass, grün, gibt's hier überhaupt nicht, kann das sein? I'm Kim Tae Hee of the Red Frontier, we'll play the tracks that will make you relax. Auch nicht, hab ich überhaupt noch solche Dinger, 13, elektronische Geräte, wow, die Kuppel schließt sich, hammer, hammer, hammer. Kann man schon reinschauen? Ich hau's mir von außen an. Zahl. Zahl. So geil, die Kuppel steht, jetzt müssen wir uns mal kurz schauen. Sauerstoffüberschuss bei Glatt Null. Dann müssen wir wohl bald mal einen Moxie bauen. Als erstes brauche ich hier Wohngebäude. Ähm, Frauen. Mit einer Kuppel Apartments. So. Wir machen mal eine Kindertagesstätte. So. Ein Spielplatz. Oh scheiße, die Schuhe sind ein bisschen größer. Forschungslabor Mars Universität haben wir noch nicht. Ähm, deine Entspannung trinken sozial. Lebensmittelgeschäft. Unbedingt. Casino. Auch schon wieder so ein bisschen was größeres. Fitnesskrankenstation. Unbedingt. Weil das fördert ja die Kinder. Diner. Ähm. Deiner hatten wir Deiner schon. Deiner hatten wir schon auch. Nicht. Machen wir einen Deiner hier hin. eine Weltraumbar und jetzt bauen wir mal Das Wohnquartiere. Einmal hier. Äh Quatsch, Apartment. Einmal hier. Einmal hier. So. Richtig viele Leute rein, Forschungslabor, Universität, Lebensmittelgeschäft haben wir auch. Ja, Apartment entgegen. Soweit Verlust. Gut. Bauen wir das, bauen wir das nicht. Komm, einmal können wir so ein Ding bauen. Wir haben jetzt schließlich auch ein Casino hier drüben. Dann. Warte, das Ding. Forschungslabor. Forschungslabor. Boah. So. Komm schon. Boah. Boah. Wie viel wohnen hier drin. So. Ich glaube, wir können noch mehr Forschungslabor bauen. Boah. Boah. Hopp. Hopp. Boah. 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 So. Boah. 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 Na? Ja. Boah. Kleine Gasse, Gassen, Kleiner Brunnen, Kleiner Gartenkopf, Sondern irgendwo noch was reinbekommen Kleine Gasse, Kleiner Kartenkopf, R&D Das Ding ist komplett ausgeschöpft, ja. Okay, also bis das Ding fertig ist, kann das ein bisschen dauern. Sektor gescannt, habe ich das richtig mitbekommen. We have a power shortage. Erstmal da runter. Jetzt muss ich gucken, wie es mit der Energie aussieht. Das reicht zwar noch. Sauerstoffüberschuss ist bei Null. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber müssen wir hinnehmen. Dafür bauen wir jetzt noch ein Moxie. Wir haben ja hier schon eins. Das passt schon. So, hier hin. Sauerstoffüberschuss. Wasser. Keine Ressourcen. Forschung abgeschlossen. Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Zu viel Forschungssachen haben wir gar nicht mehr. Hilfreiche Gemeinschaft. Schwächen entwickeln. Nehmen wir. Bildung. Ich habe es nicht mehr aufgelandet. Neu ist heute Tonfabrik Intelligentes Haus. Maschinenteile Fabrik. Ja, Sterling Generator. Mars Universität. Das war noch weg. Okay. Das ist richtig. Turmus 1. Was hatten wir denn noch? Turmus 1. Das war jetzt glaube ich zu viel. Alles durcheinander. Da. Ton. Du musst genau mal hier landen. Weil dein Material brauchen wir auf jeden Fall. Du kannst jetzt mal ein bisschen Beton holen. das zurecht zum ersten Mal. Und das verkaufen. Das ist nicht nur für die Luft. Wir haben eine Luftskraft. Wir haben einen Luftskraft. weil das Zeug brauchen wir auf jeden Fall, was er mitbringt. 40 Edelmetalle haben wir schon wieder. Das Ding müsste eigentlich maximale Priorität haben.